Hallo, Quantum Ass-Eye, Quantum Ass-Eye, Quantum Ass-Eye, Quantum Ass-Eye, Quantum Ass-Eye, Quantum Ass-Eye bedeutet so viel wie vorzeitiger als ich, vor dem ich. Und für das ist natürlich die Wahrnehmung wesentlich, wesentlich, essentiell sozusagen. Wahrnehmung ist essentiell. Ich habe schon mal gefragt, wer bin ich denn ohne Wahrnehmung? Wer bin ich ohne Wahrnehmung? Gibt es dann überhaupt noch einen Wahrnehmenden? Ohne Wahrnehmung kann dann noch ein Ich-Bin-Wer wahrgenommen werden? Nö, also ist die Wahrnehmung essentiell. Das heißt, die Wahrnehmung ist da, um den Wahrnehmenden und das, was der Wahrnehmende wieder wahrzunehmen glaubt, wahrzunehmen. Also ist die Wahrnehmung schon vor dem Wahrgenommenen das, was sie ist? Einfach Wahrnehmung. Nicht mal einfach, da braucht es kein Fach dazu. Nicht einfach ist nötig für die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist sozusagen das Auge der Existenz, das in seine eigene Verwirklichung hineinblickt. Äh, nö, 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 äh. Meinst du ein Schöpfer? Nö. Der Schöpfergeist ist auch schon etwas Wahrgenommenes. Taucht auch schon in der Wahrnehmung auf. Und diese Wahrnehmung ist allumfassender Raum und blickt durch unendlich viele Kamerastellungen in das, was wahrgenommen wird. Hier, der Ichinge, der Taro, ist auch so eine Kameraeinstellung. Steuert so durch die Gegend, um einfach wahrzunehmen, was gerade da ist. Um die ganzen Filme, die da und da. Nur der Witz ist, dass der Taro immer denkt, ach, irgendwie muss doch ein Sinn haben. Ne, denke ich nicht immer. Aber manchmal so. Ja, muss doch einen Sinn haben. Warum bin ich hier? Wie komme ich weiter? Wie kann ich es verbessern? Und so weiter. Und so weiter. Und so fort. Also wenn ich mich zu einem relativ wahrgenommenen Persönchen reduziere. und sozusagen den absoluten Standpunkt der Wahrnehmung verlasse und zu einem wahrgenommenen Wesen werde. Dann bin ich arm dran. Scheiße. Und bin ich in dem Spiel von Angst, nicht Angst, Freude, nicht Freude, in der Polarität. Ne, wer ist da drin? Das ist wieder falsch. Da bin ich ja gar nicht drin. Es taucht ja nur wieder auf in der Wahrnehmung. Die Idee, dass jemand drin wäre in dem Spiel von Gut und Böse, von Dualität, nicht Dualität. Naja, die Wahrnehmung ist zwar essentiell für das Wahrnehmen, aber für das, sagen wir mal, das Leben in der Beziehung, Miteinander, mit sich selbst, mit den Freunden, Geliebten, Nicht-Geliebten, Nicht-Freunden. Es scheint die Wahrnehmung ja nicht so essentiell zu sein, weil es fällt einem ja gar nicht auf. Boah, ich steuere ja immer so rum. Oh ja, hier das. Wie kann ich mehr hinkommen? Wie kann ich mehr Geld und das und das? Oder hier vermeiden? Oder besser, schöner? Ja. Aber es ist mal ganz interessant, die Wahrnehmung auf die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung zu richten. Dass die einfach da ist, keinen Sinn braucht. In dem vielleicht der absolute Sinn, dass alles so sein kann, wie es ist, auftaucht. Aber der relative Sinn, dass ich irgendwie einen Sinn brauche, um da zu sein, einfach nur ein kosmischer Witz ist. Ha, 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 ha. Kann ich mich ein bisschen... Todlachen, oder? Nee, ich werde nicht sterben. Ich glaube, ich bin bestimmt nicht tot über den Witz, den, 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 den Witz da. Nee, den verstehe ich ja eh nicht, den Witz. Gar kein guter Witz. Noch liebe Grüße an den Dramatikus und die Tanja Urlaub. Und frohe Ostern. Halleluja. 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 Vielen Dank.